Hallo Leute, da sind wir wieder. Beim letzten Mal waren wir in Chloe's Zimmer. Ich glaube, das endete damit, dass wir wieder zurück in unsere Zeit kamen. Jo. Ich weiß zwar nicht mehr, was wir genau machen wollten, aber das werden wir, ja, denke ich mal. Chloé, du bist zurück! Oh, ja, jetzt du willst du mich? Du hast deine Chance. Ich bin einfach... Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Du bist großartig, aber danke für die Morgen grope. Seitdem wir alle Nacht spielen, CSI Arcadia Bay, ich war immer noch in der Zeit, hier zu stellen, um alle diese Info zusammenzubringen. Max, hast du vergessen, dass wir über dieses Mal haben? Ich hoffe, du warst nicht mit Zeit, während ich schlafen. Nicht mehr. Ich bin einfach in der Zeit, auch. Willkommen zurück in der Real World, Max. Da... Okay, hier waren wir stehen geblieben. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Ich fürchte, wir haben jetzt nicht, äh, zu weit wieder angefangen. Nein, wir waren vor der Tür, hatten noch da einen Break. Ich glaube, wir haben auch mit Chloe geredet. Ja, wir müssen wieso reden. Hatten wir auch. Die hat auch nicht mal geguckt. Okay, nee. Guck mal auf die Pinnwand, da wollt ihr genau hingucken. Und meine mind. Wenn ich old bin, bin ich beautiful. Plänting tulips und vegetables. Ich bin so nahe, aber so weit entfernt. Ich bin so weit entfernt. Wir müssen drei main Dinge machen. Genau. Uh, was Dinge? Ich bin so weit entfernt. Ich bin so weit entfernt. Das ist deine Macht. Und ich kann nicht so weit entfernt. Oder... Blackwell wird in große Probleme. Du hast mir nicht das Geld verdient. Und ich bin so glücklich. Wir müssen besser sein als das. Ich weiß. Du solltest in der Garage arbeiten, um zu sehen, was du kannst. Ich werde Cyberstocken ein paar Namen und sehen, wo das führt. Was? Und wer? Okay. Das war die Hilfe, die wir brauchten. Das war die Hilfe, die wir brauchten. Willst du noch rumgucken? Ich wollte noch die Promenade durchsuchen. Diese Butterfly-Photo sieht aus wie ein Millionen Jahre vor. Wie viel Zeit habe ich seitdem verändert? Okay. Das wär's. Ja. Der Rest bestimmt das gleiche. Sieht auf jeden Fall so aus. Wie vorher. Ja. Dann lass uns runtergehen. Ich bin... Oh, da ist die Pistole. Warte. Guck dir die ruhig nur an. Vielleicht sagt die was dazu. Ich fühle mich immer schrecklich daran, dass Chloe die Schuhe zurückgegeben hat. Au. Hier ist die Schneekugel, die immer runtergefallen ist. Der Schneekugel macht mich immer an William und Chloe. Oh, ein Reh? Mhm. Hm. Na gut, ich weiß nicht, ob das mit der Waffe ein Fehler war. Ich dachte auch, wir packen die weg. Aber besser als wenn Frank irgendwen erschießt mit der Waffe. Okay. Ja. Wir sollen also den Stiefvater interviewen... Anni, erst die Garage durchwühlen. Dann den Stiefvater mit ihr interviewen oder sowas. So hab ich's verstanden. Das allerschlimmste, Nathan, das Handy klauen. Äh, das ist nichts für mich. Wirklich nicht. Deswegen spiel ich ja. Gott sei Dank. Zum Glück spielst du. Ich bin zuerst mit ihr. Ich bin zuerst in die Nacht. Ich bin zuerst in die Nacht. Ich bin zuerst in die Nacht. Ich hoffe nur, er hat nichts vergessen. Ich hoffe, er hat was vergessen. Aber dann kommt er doch wieder. Ja, das ist er jetzt. Oren Oren Nun ja, das mit dem Planeten der Affen steht wohl noch Oh Wir haben noch hier mehrere Klar Da was geht mit dem Wetter vor sich Militärische Tests Kein Kommentar Ah, okay Ja Kate Das haben wir glaube ich gelesen, oder? Ja, weil wir auf dem Dach geholfen haben Mhm Genau Lies die anderen Was gibt's noch? Wer ist Justin? Wer war denn Justin? Wer war denn Justin? Ach so Warte her Juliette? Okay Ob wir so Informationen rausbekommen glaube ich aber nicht, oder? Naja Nun würde es rumfahren eigentlich gar Das kennen wir da unten aber Stopp Achso 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 Achso, Nathan hat bestimmt die Nummer vom Vater Achso Wahrscheinlich Wahrscheinlich Achso 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 Was denn? Ähm Zeitung? Lesen? Neee Oder? Lag nicht schon immer da? Schon da könnte man rausgehen, da sind die Toten Daumen Stimmt Stimmt, da sind immer noch die Toten Vögel Aber nichts Neues, oder? Warte auf dem Tisch liegt ein Foto Oh Es geht Natürlich wäre das nicht die beste Entscheidung, aber... Was hätte man sonst machen sollen, oder? Ja, raushalten konnte man sicher nicht Ne, leider Wir schauen uns alles an Da sind Schließfächer mit einem riesen Schloss vor Jo Aber ich hätte jetzt eigentlich erst im ersten Raum gekommen, bevor ich da in den zweiten gehe Ja Zum Beispiel das Achso, das kennen wir Hm In den Schränken Hm Notiz Lesen Danke für Ihre Hilfe mit Nathan, ich weiß die Geste zu schätzen Hm Na toll Dann ist ja vielleicht nicht unbedingt so schlecht, dass wir da geguckt haben Oh Die nächste Waffe fehlt Wird ja nett Mhm Mhm Ja Kann passieren Ja Kann passieren Ja, klar Ja, klar Um meine Familie zu kümmern ist meine Hauptmission Ja, ich bin ein Schritt zu weit gegangen mit der Überwachung und den Verdächtigungen Und es tut mir auch richtig leid und ich schäme mich Aber Arcadia Bay gehen dunkle Machenschaften vor sich, von denen ich dir nie erzählt habe Du bist meine Frau und Partnerin und ich weiß, wir sollten keine Geheimnisse voreinander haben Ich wollte dir alles erzählen, aber nicht ohne Beweise Stattdessen beging eine Schülerin unter meiner Aufsicht fast Selbstmord Du warfst mich aus dem Haus und meine Stieftochter hasst mich Bitte lass mich Ah, habe ich nicht mehr erlebt Ich glaube, da hat er aufgehört Ja, da Na gut, vielleicht ist er nicht der Schlimmste da Aber komisch ist das schon, oder? Klar Oh, ein paar, ne? Ja Da ist noch eine Mail Wie in unserer Diskussion zur neuen Campus Überwachungssystem besprochen informierte Miss Grant mich darüber Dass ihre Petition nur eine Möglichkeit des Protestes von mehreren ist Während wir eine neue Ära der Sicherheit in Blackville eindeuten, müssen wir einen Mittelweg zwischen Sicherheit und Privatsphäre für unsere Schüler finden Der Direktor Oh, meow, Miss Grant Twist that knife Ich brauchte keine Überwachungskammer, um diese Aufregung kommen zu sehen Ich wünsche Ihnen alles Gute, Mrs. Grant Okay, da geht's weiter Ähm, von anonym Ich wollte sie bloß wissen lassen, dass das, was mit ihnen passiert ist, totaler Schwachsinn ist An dieser Schule sind zu viele metrosexuelle liberale Idioten, die sie und das Militär nicht zu würdigen wissen Ich fühle mich im Wohnheim sicher, als sie der Sicherheitschef waren und ich dachte, ich stehe unter ihrem Schutz Ich hoffe, sie kehren bald zurück und gewährleisten wieder unsere Sicherheit bei Nacht, die Schule macht mir Angst Hm, wer soll das denn sein? Keine Ahnung Ich entschuldige mich für meinen gestrigen Ausbruch in ihrem Büro Ich war wütend, meine Stellung in Blackville ohne eine umfassende Untersuchung der Fakten und ausschließlich aufgrund einer Anschuldigung nicht vertrauenswürdiger Schüler zu verlieren Ein Krebsschwert in der Blackville Academy und ohne mich wird er sich ausbreiten Aha Mhm Das war's Das war's Neben Der Nebenraum Hm, hier ist nichts mehr? Äh, nur noch wieder die Schließfach? Ja Woah, das ist eine sehr große Schraube auf dem Locker Hey David, was hast du in hiding? Oh 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 Hier muss irgendwo eine Zange liegen oder irgendwas Ah, nee Komisch, oder? Eine Brechstange, natürlich Ja, nee Ich kann die Krobar benutzen, um die Locker zu öffnen Das wird auch kaum laut, ich hoffe, wir können dann noch zurückspulen Richtig? Ich denke Ich hoffe Brechstange, wenn dann, oder? Ja Das wird nur lauter Sorry David, aber ich hoffe, du würdest das gleiche als ich machen Oh Wir können ja noch zurückspulen, richtig? Richtig? Hoffentlich? Ja, ja, hoffentlich Oh Oh Maps, Noten, Koordinaten, Fotos von Kate, Nathan Oh, ja Okay Okay, Kate Marshall weiß etwas Warte, da ist vielleicht was zu Mh, nein Ich dachte, wir äh, 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 ne mehr Helfen An dem Tag Ja, ja Okay, das war seine Tochter, das weißt der auch Obwohl seine Stieftochter Was steht da? Ach, kann man nicht lesen, ne? Mhm Hm Zurück? Magani Stecken wir die ein? Ja, ja Besser zurück, ja Ja Gib mal Gas Bisschen Ich geb Gas Obwohl lass lieber So Okay Ja Das war perfekt Jetzt können wir wieder zu Koi Das Buch haben wir zurückgelegt, ne? Haben wir nicht Steht da eigentlich Egal Das ist doch immer so, wir haben doch Frank auch zurückgespult und wir haben trotzdem Schlüssel noch gehabt Es ist unglaublich, wie viel Drama dieses Wohnraum hat gesehen Ähm, hallo? Ah, Chloe ruft Yo, Chloe Are you ready yet? I have to get back to my dorm Are we happy? Very happy I hit the secret file jackpot Kate, Nathan and Rachel Plus some location coordinates David is like a one man surveillance army Now let's get the hell out of here before we get busted But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now I want to find out how she's doing I want to find out how she's doing I can I hope it's not too weird for her No, she'll be stoked to see you Who wouldn't be? This be it I'm a little nervous Just go in there and be your friend I'll wait out here so you can chill by yourselves I was a total dick for blowing a fuse when you answered Kate's call the other day Good thing you ignored me I had no idea what shit she was going through And you saved her Like me I'm sorry Thanks, Chloe But don't be sorry We're all on the same team Team Max Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then Oh yes I'm on it I'm on it Wait, it's that it's the door? Yeah Yeah Max Oh, Kate I thought I'd never see you again I feel so ridiculous I'm so sorry Kate Listen to me You have nothing to be sorry about Other people do You do not know how happy I am to see you You look awesome Is it A stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here I'm doing even better I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down Max, I felt so lost and alone When I saw how much you cared, how hard you were trying You made me realize I wasn't alone Thank you Kate There are so many people who love you and want to help you I know You should see all the letters and postcards I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me I'm keeping the balloons though One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings I love your illustrations They got kind of dark there for a while But I have an idea for a new children's book about bullying I was thinking of having some photographs in there too I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book Was that subtle? You better take the pictures, Max I'm going to be here for another day until my family comes out to visit How are they treating you? Like they need to protect me forever They're so upset and I know they feel guilty even though they didn't do anything I was surprised how many students from Blackwell wrote me Daniel and Mr. Jefferson Even Victoria wrote me a very sweet note And I believe she was being real Me too I'm glad you believe again, Kate I'm working on it, Max I just pray I can get this drawing right Na, is doch was Guck dich um, lesen, angucken Principal Wells knows how to step it up when he wants to Ich wollte Ihnen noch schnelle Besserung wünschen und Ihnen versichern, dass die ganze Blackwell Academy für ihre Rückkehr betet Die Schüler und das Lehrpersonal haben eine Veranstaltung in ihrem Namen organisiert Und nie zuvor habe ich eine solche Welle der akademischen und gemeinschaftlichen Unterstützung eines Mitschülers gesehen Ich weiß unter den gegebenen Umständen mögen meine Worte wenig bedeuten Aber es ist wichtig, dass sie wissen, wir denken an sie Wenn sie in irgendeiner Form Hilfe benötigen, zögern sie bitte nicht zu fragen Der Direktor Hm Dankeschön, Schwestern Sie haben wirklich gerettet Kate Ach, das sind ihre Schwestern Eigentlich hat bei unserer Version die Mama die gerettet, aber okay Ich glaube, da haben wir uns ein bisschen vertan Ich würde noch nicht rausgehen, ich würde noch ein bisschen gucken Klar, klar Okay Das ist so süß Das hat sogar die Victoria signiert Aber nicht Nathan Ich glaube, sie Warum h Okay Na ja, ist ja schon mal was Hmm Wollen wir die Zeichnung angucken und das Buch? Klar müssen wir ja Oh, ich liebe Kate's glückliche Rheinbauer-Floch. Wie das aussieht. Oh, ja. Das Buch. Gut zu sehen, dass Kate noch auf ihrem Buchreport arbeitet. Hm, hinsetzen? Ja, ein bisschen. Vielleicht bringt das was. Hm. Es ist unglaublich, dass ich hier einfach mit Kate hier wieder sitze. Ich glaube nicht, dass ich immer wissen, wie viel destiny ich veränder werde. Aber... Wer sagt, dass wir nur ein einziges Fates haben? Oh, die Zeit ist so ein Mindfuck. So sprechen wir noch mit Kate? Ja, sprechen wir noch mit Kate. Blumen. Oh, da sind noch mehr Sachen. Guck dir das andere Ding noch an. Ach so. Hm. Blumen. Mhm. Victoria? Du? Nee, oder doch? Weil das so unterstrichen ist. Weiß ich nicht. Wie? Es geht ja jetzt... Wir müssen auch herausfinden, wer sie noch gemobbt hat. Also ich denke ja, Victoria bestimmt mit Nathan. Aber warum ist das unterstrichen? Weil Victoria hat sich ja gebessert. Vielleicht weil wir das vorher nicht, äh... Ach, weil wir die Karte bestimmt gewesen haben. Ach, weil wir die Karte bestimmt gewesen haben. Willst du dann was anderes gehen? Erstmal Nathan? Wie du möchtest. Können wir machen. Ja? Ich kenne es mal. Oh, Prescott Familie? Oder? Ja, ja. Ich kenne es nicht ohne dich. Ich kenne es nicht ohne dich. Jetzt ist es Zeit für Nathan zu warten für uns. Victoria? Ja. Ja. Ich kenne die Vektoria. Wie macht dich dich? Max, ich weiß, Victoria kann... ...äh... ...nach... 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 ...sichtbar. Unsicher, oder? Ja. Ist meistens da. Dann lenken die ab. ...Kate? Oh. Oh Gott, das ist fies. Lass uns Warren... ...fragezeichen, oder? Sollte ich nicht? Ja. Ja. Schöne... ...dass du den... ...Waren? Oh, smart and silly. ...He's got such a good heart. ...and he's a cutie pie. ...You know he likes you... ...I'm going to the drive in with him, so... ...we'll see. ...With everything that's going on, a date seems weird. ...No, you deserve that. Nun ja, jedenfalls ist nicht nur sie die Kuppelmeisterin, richtig? Die Kuppelmeisterin ist ziemlich apropos.